So, dann werden wir mal eine Runde drehen. Drehen wir mal eine Runde hier im Kreisverkehr. Drehen wir doch mal eine Runde hier. Im Kreisverkehr. Ja, der in Tatschstelle kommt jetzt, ihr könnt jetzt aussteigen. Ihr könnt jetzt aussteigen. So, Mannfred, halt die Fresse da hinten. So, Fahrplan abgebrochen. Fertig. So, dann machen wir heute auch schon mal Feierabend. So, das war's für heute mit Omsi gewesen. Wenn's euch gefallen hat, lasst mal ein Like da und wir machen dann so weitere Let's Plays zu Omsi. Tschüss, bis zum nächsten Let's Play.